Auch ohne? Gerne auch ohne. Ich setze sie nachher mal für euch ab. Ich bin extrem modebegeistert. Für mich ist Mode einfach Lifestyle. Du modelst manchmal, hast du auch schon einen Werbespot im Moment am Laufen oder gerade nichts? Nein, bislang nichts. Ich habe ein paar Castings mitgemacht, aber es ist jetzt nichts geworden. Mode, was verbindet dich mit Mode? Schon dein Leben lang oder ist es erst so in den letzten Jahren gekommen? Nee, es ist eigentlich schon nebenan Mode und Interieur. Das sind eigentlich so zwei begeisterte Säulen für mich. Ich finde, damit kann man halt Unterschiede machen, Individualität setzen. Die Juwelen von dem letzten Diebstahl von ihrem Geliebten, Alejandro Cuerda, die sind plötzlich verschwunden. Aber sie wussten, dass sie sie hier in diesem Haus versteckt haben. Wollen Sie mich erschießen? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020